Die Sonne, die Sonne, die Sonne, die Sonne aus Teletubbies mit der Mutter geworden. Das habe ich auch gehört. Schön, dass ich eingeschaltet habe, dass dann schon da mit dabei ist, ne? Der Fuchs, hallo. Hallo. Ach, jetzt haben wir wieder Shedder-Scheiben manchmal. Nee, auch mit den Shedder-Scheiben. Äh, keine Statue? Ich muss gleich mal eine Kutsche vorbei. Hallo. Wir graben? Ja, wir graben. Hallo. Kürbis, hallo. Da ist ja noch einer. Hallo. Hey, was ist? Ist blutig im Arsch. So, erstmal hier in der Kammer des Schreckens gucken. Komm, Harry, geh gucken. Wer ist da? Alles hier. Alles clean. Ganz rein. Alles clean. Höhöhöhöhöh. Höhöhöhöh. Höhöhöhöh. Höhöhöhöhöh. Warte, ich balle, wir's mal zurück in der Arme. Dann ist hier gar nichts mehr clean. Höhöhöhöhöh. So. hallo so ach so warte das ist noch eine kutsche kutsche aber ich hab nix ja aber ich will die punkte einlösen da oben das kannst du keine punkte? ne ich hab doch einen neuen charakter gemacht ach jo stimmt shell erscheinen egal ich suche emulator ist egal wie ja ich suche die mit den augen egal wie habt ihr tot oh da hinten höre ich was oh vivien da ist mein ding mit dir nur vivien passiert was es passiert was scheiß enten immer bei den wies passiert wir fliegen grad zögel weg auch die vögel was haben sie liegen das 300 315 das war so bei den länder ich will coole sachen bekommen ja haut ab ich hab dreimal gewachst das dynamit bekomme let's go jetzt kommen die jetzt zu weeping ich glaub die vögel waren weiter hinten richtung moses scheiße das war so bei den länder und schreien wenn ihr da seid wir werden hier rein wir werden hier rein ich sagen wir waren aber schon wäre es halt um gut cloud ja da ganz hinten ist gerade gelaufen und da ist ja auch da gerade laufen wir müssen in die richtung also diese scheiben können sie bauen und ob das jetzt hier sitzen wahrscheinlich weiter gelaufen also schon vorher nicht waren nicht unsere die rennen gerade durchgelaufen die schlangen dem stangen geschlagen und vorgeschlagen einiges los glaube ich ich kann die auch nicht sehen ich muss dann näher ran oh da oben war einer ja hab ich gesehen ja du kannst halt noch erschießen bei dir hört man das nicht ich schieße das ist jetzt richtig fettes dynamit rein ich weiß nicht ob da einer drin ist bestimmt der ist ja durchgekommen oben ist glaube ich noch einer da wird zumindest was laufen ja ich höre den auch irgendwo ich sehe den noch nicht ich höre den auch irgendwo ich sehe den noch nicht ich babbel mal hier durch oh ja da ist oben drin fuck Kurz zwei. Nicht, dass die jetzt hier alle alleine sind. Moment, wurde auch nur einer mitgenommen. Gut, hier mal eben schnell beide. Oh, hier liegt auch noch jemand. Der kann man immer looten, der ist ausgeworfen. Weißt du wo? Nee, ich hör dich ja entlaufen. Ich hab nur kurz entlaufen und ich wusste nicht, wo der ist. Moment. Also einer mit dem Body ist noch drin. Oh, hier liegt Muni rum. Oh, hier ist noch drin. Machst du Muni? Der hat dir eine Muni-Kiste gelegt. Geh, dann mach ich den mit. Warte mal. Damit werfen, ne, kann ich nicht. Warte. Ich mach mal das Fenster da auf. Ich hab mal zum Werfen. Ich mach mal das Fenster da auf. Jetzt werde ich was Großes rein. Nein, links neben mir. Da, wo wir gekommen sind. Sparks, äh, Sniper. 19 Meter, nee. 64 Meter. Kann ich dir nicht sagen. Ich geh, ich geh von aus oben. 64 Meter Sparks. Ich, ich hätt gesagt, auf meine Etage. Kann sein, dass er noch weiter rechts ist da. Der hat ein dickes Skop drauf. Ich hätt gesagt von da. Bin ich hundertprozentig sicher. Nee, da hätt er mich gar nicht sehen können. Ich hab da lege. Scheiß, wo hätt er mich denn gesehen? Ja, okay. Von außen. Von außen, okay. Dieser scheiß Bogen. Nee, jetzt kommt er. Jetzt muss ich ihn beeilen. Jetzt kommen mehrere. Komm auch noch zu euch. Das war der andere. Der war aber ein Trait. Der hat ne Shotgun. Das war ein Trait mit dem. Aber das ist die erste. Ich stirb, das ist doch schon wieder lächerlich, dass ich wieder so ein Pech hab, ey. Aber der mit dem Skop. Der ist immer noch da. Da fahrt er gar nicht bei. Der mit dem Skop ist immer noch nebenan in der Hüte drin. Ich seh den gerade, der Nobody. Der war echt noch da oben auf dem Holzding. Bergson lebt wieder? Weil der ist ja nicht von mal gestorben. Oder hat der Bounty aufgenommen? Da ist doch der Bounty-Typ drin. Ach so, okay. Schade. So. Wir hatten nur zwei. What? Wir hatten nur zwei, ja. Einen draußen, den ich gerade getradet hab. Ne, drei hatten wir. Drei? Drei? Ja, drei. Stimmt. Wir wurden zwei angesagt, deswegen... War ja frech. Ich bin genauso frech-frändisch. Lass gerne mal ein Like da. Ein Abo, ein Döckchen und ein Kommentar. Und kennt euch alles morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Euerareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare